Wie schalte ich die WLAN-Verbindung wieder an? Wie komme ich in den Online-Modus? Das weiße, pläuliche Licht bedeutet, es ist offline. Es sucht nicht nach Funksignalen. Das ist meiner Meinung nach natürlich das Beste für die Kinder. Aber um das wieder anzuschalten für eine neue Figur usw. Dazu drücke wieder beide Ohren zusammen, gleichzeitig. Dann loslassen. Ihr habt das Sprachsignal gehört. Es leuchtet grün. Grün bedeutet WLAN-Verbindung an.